Ich bin Heimatshopper, weil natürlich erstens das ganze Lebensgefühl unserer Stadt, Michelstadt, von einem lebendigen Einzelhandel lebt. Zweitens bin ich Heimatshopper, weil ich festgestellt habe, dass es mehr Spaß macht, Dinge bei Menschen zu kaufen, die man mag und die man persönlich persönlich kennt. Und drittens ist mir Nachhaltigkeit wichtig. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass man kurze Wege geht und dass man Verpackungen einspart. Und es geht beim Heimatshoppen besser als im Internet. Deshalb bin ich Heimatshopper. Hallo aus Erbach, der Kreisstadt im Odenwald. Wir sollten mit der Globalisierung nicht ganz so hart ins Gericht gehen. Sie hat auch viele Vorteile für uns gebracht. Aber Heimat, Heimat ist hier. Und da auch wir im schönen Odenwald nicht nur von Luft und Liebe leben können, brauchen wir eine gesunde, eine lebendige Geschäftswelt. Deshalb heißt es für uns alle, auch für mich, erst schauen, ob wir etwas hier kaufen können, bevor wir vielleicht in die Ferne schweifen. Heimatshopper, eine super Idee.